7. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 12. 13. 11. 14. Äh, ne, ich werde jetzt nicht dieses White-Sticky-irgendwas. Ähm. Ein Fliegeling. Da erkenne ich das Gimmick tatsächlich schon. Ich glaube zumindest das war das. Vielleicht vermische ich das auch mit etwas aus Dark Souls. Wenn ich es hier in einem Video gesehen habe. Oh, diese fucking Mantas. Oh mein Gott, und ihr mich angepisst. Ich meine, dass man irgendwo hier ein Schwert... suchen muss. Damit man ihn angreifen kann. To challenge the storm, do we need a sword that can rent this guy. Was ist das nicht? Was ist das nicht? Was ist das nicht? Hinten liegt irgendwas. Ja, wow. Wow. Das ist ein Schwert. Okay, wo ist der Große? Was ist das nicht der Große? Oh, okay. Das ist doch keine Luft hier. Wir müssen den großen Schaden machen, den ich nicht betreide. Da liegt auch noch was. Ja, geil. Ja, das Ding. Das passt aber mega aus, aber... Wir müssen erst den kleinen Schaden machen, damit der Explosive überhaupt kommt. Was ist denn da? Was ist das denn? Ach, du bist der große. Die brauchen. Ja. Die fuck brauchen. Nein. Nein. Alter, hat das so einen anderen Griff? Ich weiß nicht. Nein. Da haben sie uns gerettet. Ja. 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 Okay, dann muss man weg. Okay, kann ich noch nicht sehen, dann machen. Mensch, das ist nicht mal angusiert. Aber die ganzen Fack-Dächer sind wenigstens weg. Oh, ich kann doch noch zur Hinterfall. Ich glaube, da wird wohl gemerkt. Nee, das verstehe ich jetzt nicht. Verstehe ich jetzt nicht ganz, wieso da nichts ankommt. Ich sollte mich nicht hinter Steine oder so stellen. Oh, das sieht aber geil aus, der Schrotz. Komm, komm, komm. Ist es da? Ist es da. Wie will ich in der Schwanze gleich? Okay. Ja, cool sieht es aus. Ich habe es erst nicht durchgesehen. Ich glaube, ich habe das irgendwann mal... Oder es gibt einen Dark Souls. Einen ähnlichen Boss. Mit einem ähnlichen Gimmick oder sowas. Ich meine, ich hätte es irgendwann mal gesehen. In irgendeinem Video. Und wie zum Teufel komme ich hier rein? Oh, wow. Okay. Einfacher als ich dachte. Ist es wenigstens was Gutes? Ein Dark Souls frei. Jorm hat genau das gleiche. Ist das... Ist das so ein Riese, den man... ...zu Boden ziehen muss? Quasi mit Windangriffen? Dass er praktisch in die Knie geht? In Dark Souls 1 gibt es das Schwert auch. Irgendwas in das Richtung habe ich mal in einem Video gesehen. Pure Cloudstone. chemische dumpfelgeist oderサinlamierung. envie aber nochmal nachher geht's mir um Dinosaur. utosar. Bis zum nächsten Mal. cufflosé chilICE losetinereignazuje. spanischen absil parentale. lasst. pardonke, sindh. Vielen Dank.